vom schloss lauersfort aus startet heute unsere sportmarkenausfahrt. der lambo-club hat zur monatlichen ausfahrt eingehörten. treffpunkt war schloss lauersfort in mörs. wir haben dafür gesorgt, dass alle noch mal leckeren kaffee bekommen. jetzt starten die fast 20 fahrzeuge und machen sich auf den weg zu ihrer tour am niederrhein entlang. so 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 so